Delta to all, radio check, over. Hier ist Bravo, kommen. This is Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen zum Funkkreis, in dieser Woche natürlich mit dem Thema Afghanistan. Hier ist Barbara Gantenbein von der Redaktion der Bundeswehr in Berlin und ich habe am Telefon jetzt zwei Männer, die unmittelbar an der Evakuierungsoperation beteiligt sind. Beide sind eben aus der afghanischen Hauptstadt Kabul zurückgekommen und in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet. Von dort aus werden die Evakuierten ja mit anderen Flugzeugen dann weitergeflogen nach Deutschland. Im A400M aus Kabul waren eben gerade Hauptmann Markus, der Chef des Air Mobile Protection Teams und Hauptfeldwebel Adam von den Feldjägern. Und Hauptmann Markus vom Air Mobile Protection Team, der hat gestern schon auf Twitter berichtet von einem Flug mit 230 Schutzbedürftigen an Bord, darunter 80 Kindern und seinen Tweet dazu haben aktuell schon über 40.000 Menschen gesehen. Gemeinsam mit seinen Kameradinnen und Kameraden ist er weiterhin im Einsatz. Einen wunderschönen guten Tag, Hauptmann Markus. Schönen guten Tag, hallo. Hallo, Sie sind eben aus Kabul gelandet. Wie haben Sie denn die Situation dort erlebt? Mittlerweile jetzt hier am, ich glaube, achten Tag kontrollierter als die ersten Tage. Noch die letzten Tage war sehr, sehr viel Bewegung. Ich glaube, die Lage vor Ort ist kontrollierter und man merkt, dass vermutlich die Situation und die Paxanzahl hier dahingehend so sich vorfindet, dass man hier davon sprechen kann, dass die Passagiere weitestgehend Richtung Taschkent und weiter in ihre Bestimmungsländer evakuiert wurden. Das klingt sehr gut. Für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gar nicht genau wissen, was ein Air Mobile Protection Team eigentlich macht, können Sie bitte mal beschreiben, was genau Ihre Aufgabe im Einsatz ist? Wir als Team mit dem Air Mobile Protection Team stellen sicher den Schutz des LSZ und der Crew am Boden und in der Luft. Und durch unseren Einsatz ist für die Luftwaffe immer sichergestellt, dass bei einer möglichen Gefahrenlage Kräfte des Objektsschutzregiments Friesland an die Maschine so gebunden ist, dass 24 zu 7 durchgehend in der Gefahrenlage sichergestellt ist, dass der Schutz durch den Einsatz von Personal und Material garantiert wird. Also Sie sind die Ersten, die rausgehen aus der Maschine, wenn die gelandet ist. Und dann auch die Letzten, die wieder reingehen. Und ich weiß ja, dass Sie für solche Einsätze ausgebildet sind. Aber trotzdem, wie viel Adrenalin ist denn bei Ihnen im Spiel jetzt in Kabul? Vielleicht auch gerade beim allerersten Mal. Sie sagen, Sie machen das ja schon jetzt ein paar Tage. Aber wie ging es Ihnen nach der ersten Landung? Ja, grundsätzlich, also ich war mit auf der ersten Maschine, zusätzlich mit dem Team. Ich möchte da aber nicht von Adrenalin sprechen, sondern von gesunden Respekt vor dem Auftrag. Alle Angehörigen des AMPTs haben mehrfach Auslandserfahrungen in Afghanistan oder Afrika. Und auch AMPT-Einsätze bis hin zu Evakuierungseinsätzen, die vorher gelaufen sind. Und daher ist uns die Gefahrenlage vor Ort, auch wenn wir sie hier in Kabul nicht einschätzen konnten, bewusst. Und dahingehend haben wir mit gesunden Respekt vor dem Auftrag reagiert. Okay, das heißt, da geht da nicht die Pumpe wie verrückt, sondern man ist einfach hellwach und unheimlich fokussiert auf den Job. Und Sie sind ja auch, wie Sie eben selbst sagten, schon sehr oft im Einsatz gewesen. Aber trotzdem ist das ja jetzt ein ganz besonderer Einsatz. Was hatten Sie denn für einen Eindruck von den Passagieren, die Sie dann mitgenommen haben? Wie emotional war die Situation und wie erleichtert oder auch ängstlich haben Sie die Menschen dort erlebt? Ja, grundsätzlich muss man da nochmal differenzieren, weil wir als AMPT nehmen die Kräfte ja an dem LFZ auf, was grundsätzlich eine kontrolliertere Umgebung und Situation ist, als zum Beispiel die Kameraden, die am Northgate ihren Dienst geleistet haben. Und von daher würde ich sagen, war für uns die Situation der Passagiere, so wie wir sie erkannt haben, grundsätzlich kontrolliert. Aber man muss schon feststellen, dass diejenigen, die sich dort auf den Weg gemacht haben, über das Northgate an die Maschine zum Teil über 30 Stunden nicht geschlafen haben und kaum Wasser und Verpflegung mit hatten. Und so würde ich sagen, waren da schon schwierige Umstände. Und mir fällt das grundsätzlich schwer, das zu beschreiben. Darüber sollte sich jeder vielleicht dann in den Medien, ist ja aktuell präsent, selber ein Bild machen. Ja, aber für uns ist es auch eine emotionale Situation. Aber grundsätzlich würde ich es auch schon als Hoffnung beschreiben, da gerade mit dem Abflug die Passagiere wussten, dass sie über Kaschkent in ihr Bestimmungsland Deutschland fliegen. Und man muss auch sagen, man hat auch viele deutsche Staatsbürger getroffen, die nochmal ihre Familie in Kabul besuchen wollten und von dem Vormarsch der Taliban selber überrascht waren. Und so konnte man auch mit dem einen oder anderen Passagier dort ins Gespräch kommen und selber erfahren, wie die Lage für die Passagiere sich vor Ort dargestellt hat. Ja, das waren bestimmt bewegende Schicksale. Und ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht auch sehr verwirrend gerade für die Kinder. Sie haben ja in Ihrem Tweet auch beschrieben, dass unter den 230 Schutzbedürftigen in dem Flug, über den Sie da sprachen, 80 Kinder waren. Wie haben die Kinder das denn alles verkraftet? Wie haben Sie das gesehen? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass der Mensch an sich in solchen Situationen nur noch funktioniert und die Familien bestritt waren, zusammenzubleiben und als Familie versucht haben, zusammen auf diesen Flieger zu kommen. Und ja, ich denke, für alle war es eine Grenzerfahrung, besonders für die Kinder. Aber grundsätzlich ist es schwierig, jetzt aktuell noch in dem Geschehen hier die Situation wirklich beschreiben zu können. Kann ich gut verstehen. Wie geht es denn für Sie jetzt weiter? Ja, grundsätzlich, wir als ANPT sind hier vor Ort und stellen den Schutz der LFZ so lange sicher, wie es der Auftrag hier erfordert und wir hier gemäß Maßgabe der Führung eingesetzt werden. LFZ steht für Luftfahrzeug, für alle Leute, die es nicht wissen. Und das heißt, Sie bewachen die Flugzeuge natürlich auch, wenn die am Boden stehen. Das heißt, Sie müssen da jetzt auch direkt wieder hin, richtig? Genau, also wir als ANPT stellen hier weiterhin den Schutz und die Sicherheit in Kabul, solange dort Maschinen am Boden stehen. Aber grundsätzlich möchte ich hier nochmal ansprechen, dass wir dies natürlich im Wirkverbund mit allen anderen Truppenteilen vor Ort machen. Also wir sind ja selber in der Sicherung der Fallschirmjäger, die dort wahrscheinlich den Kernauftrag sicherstellen. Und zusätzlich ist das unsichergestellt, dass auch bei einem möglichen Eindringen, den es so noch nicht gab, niemand schafft, dann nach der LFZ zu gelangen. Ja, ja. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für Ihren Dienst. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles weiter so reibungslos läuft wie bisher. Vielen Dank, Herr Hauptmann. Ja, vielen Dank. Tschüss. Soweit Hauptmann Markus vom Air Mobile Protection Team. Hauptfeldwebel Adam, der ist ebenfalls mit an Bord gewesen. Er ist Feldjäger. Er arbeitet sowohl in Kabul als auch unterwegs als Air Marshal im Flugzeug und dann eben auch in Taschkent. Er ist eben gemeinsam mit seinem Kameraden und 218 Schutzbedürftigen aus Kabul in Taschkent gelandet. Schönen guten Tag, Herr Hauptfeldwebel. Ja, hallo. Auch Ihnen danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind Feldjäger, also Militärpolizist. Können Sie bitte beschreiben, was genau Ihre Aufgabe ist in Kabul und auch unterwegs und jetzt nach der Landung in Taschkent? Ja, kann ich. Die Kameraden in Kabul machen die sogenannte Registrierung. Das heißt, die Leute, die am Northgate reinkommen, werden nämlich schon vorregistriert, ob die ausreisefähig sind und dementsprechend auch das dürfen. Dann werden die dem sogenannten KUD übergeben, die uns dann, das in unseren Aufgabenbereich überbringen, das sogenannte Air Marshaling. Das heißt, wir bezeichnen sie als ECO, sobald sie Hilfe suchen, dann dementsprechend an Bord kommen, wird dann dementsprechend für die Sicherheit zuständig. Das heißt, wir nehmen die in Kabul über oder auf, fliegen mit denen rüber nach Taschkent und Uzbekistan und übergeben die da dann weiter an das KUD. Und KUD steht für Krisenunterstützungsteam. Und da sind nicht nur Soldatinnen und Soldaten, sondern auch Diplomaten, also auch Mitarbeiter anderer Ministerien dabei. Das ist korrekt, ja. Genau. Und Sie sind also als Air Marshal quasi die ganze Zeit bei den Passagieren, den ECOs und kriegen auch mit, wie es denen so geht. Was für Gefühle werden Ihnen denn da so entgegengebracht, wenn Sie die aufnehmen? Also beim Aufnehmen selber sehen wir das immer wieder, dass die Leute Angst haben, nicht ins Flugzeug zu kommen. Das versuchen Sie natürlich dahingehend zu beruhigen. An Bord selber ist es natürlich ein bisschen bruselig, damit auch jeder einen Sitzkopf bekommt. Aber sobald das Flugzeug abhegt, merkt man auch direkt, dass es zehn Tonnen leichter wird, sage ich immer, weil dann auch wirklich die Last von den Hilfesuchenden abfällt. Das ist schön zu hören. Fließen denn auch Tränen? Ja, also es fließen sowohl Tränen als auch, dass die Leute lachen. Also dementsprechend, ich denke mal, die Emotionen sind dort wirklich gemischt. In Gesprächen mit den Leuten, die Deutsch sprechen, merkt man auch, dass es zweitärlich ist, dass sie sagen, auf eine Art müssen sie ihr Land verlassen, weil sie da nicht mehr sicher sind. Auf eine Art sind sie heilfroh, dass sie dann dementsprechend in eine sichere Umgebung kommen. Ja, klar, natürlich. Und Sie haben ja auch jede Menge Frauen und Kinder an Bord mittlerweile. Am Anfang, glaube ich, waren es mehr Männer, aber inzwischen haben wir, glaube ich, beides. Wie erleben Sie da die Unterschiede? Also ich habe persönlich mal, das war keine Evakuierung, sondern ganz normale Ausreise von einer Ortskräftefamilie, erlebt, dass der Mann, der mehrsprachig war, relativ entspannt war, aber die Frau, die keine Fremdsprache sprach, dass die versteinert war und richtig ängstlich. Erleben Sie sowas auch? Also das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben gerade, was Kabul angeht, glaube ich, auf ein moderneres Kientel, sag ich mal. Die Hauptrolle spielt natürlich der Mann und der hat dann wahrscheinlich auch der Bundeswehr geholfen. Allerdings haben wir da auch junge Damen, die alleine reisen, die auch Deutsch oder Englisch sprechen können. Also die Kompetenzen sind wirklich durch die Bank weggemischt. Verstehe. Worauf muss man denn als Feldjäger gefasst sein, als Air Marshal? Was müssen Sie beachten, gerade auch in der Luft? Also wie gesagt, wir sind für die Flugsicherheit zuständig und dementsprechend achten wir natürlich darauf, auf auffälliges Verhalten. Vorher sind die Gepäcke ja durchleuchtet worden, die Leute sind durchsucht worden. Dementsprechend verlassen wir uns da auf die Kameraden, die in Kabul ihren Dienst getan haben. Nichtsdestotrotz, Emotionen sind da. Vielleicht hat der eine oder andere, der Hilfesuchende, Familie zurückgelassen, den Bruder, die Schwester oder sonst irgendwas. Und das kann natürlich dann auch das Fasten überlaufen bringen, in dem Moment, wo man abhebt. Das halte ich für eine der riskantesten Sachen. Ansonsten, wir gehen darauf ein, wir beruhigen die, im Fall, dass wirklich diese Person kollabiert oder sonst irgendwas, haben wir immer einen Sunny mit an Bord, der dann dementsprechend direkt Hilfe leisten kann. Was empfinden Sie als größte Herausforderung? Ist es der Zeitdruck? Sind es Sprachprobleme oder so Angst und Stress bei den Passagieren? Die größte Barriere ist das Einlassen, sag ich mal, dass es unser Kontrollesamt nimmt. Der Druck ist zur Maschine recht groß, aber wir wollen es natürlich auch kontrolliert machen. Ich bin aufsagt, natürlich auch die Leute zu zählen, dass auch nur die Leute reinkommen, die rein dürfen. Ja, das sind so die Aufgaben, die uns entgegenwürdig sind. Ja. Was passiert eigentlich nach der Landung in Taschkent? Wie genau läuft das dann ab? Nach der Landung in Taschkent arbeiten wieder mehrere Gruppen zusammen. Durchsatzzeug wird abgestellt, sobald die Rotoren dementsprechend aus sind, kommt auch der Ansprechpartner vom KUT zu uns. Aber auch die Usbeken sind dort vor Ort. Mittlerweile, jetzt in der Woche 2, ist das ein sehr schönes Netzwerk geworden. Das Vertrauen hat sich aufgebaut zwischen den Usbeken und den Deutschen, würde ich behaupten. Dementsprechend ist es ein Miteinander. Das war empfänglich vielleicht ein wenig schwieriger. Das heißt, wir zählen die Leute nochmal beim Rausgehen. Das ist für den Usbeken auch sehr wichtig. Die werden immer in 50er-Paketen in die Busse verladen und dann ins Transit-Termine darüber gemacht, wo dann die Registrierung und die weitere Durchsuchung stattfindet. Sodass sie schnellstmöglich mit einem Flieger nach Deutschland-Frankfurt fliegen können. Sie arbeiten ja als Team mit allen anderen Einheiten zusammen. Das hat eben schon der Hauptmann Markus so ein bisschen erklärt. Wie ist es denn? Sind Sie jetzt im Verlauf der Mission schon so zusammengewachsen, dass man sich blind aufeinander verlässt? Oder ist da noch viel Absprache notwendig? Also jetzt in Woche 2 brauchen wir fast keine Absprache mehr. Man kennt die Teams, sowohl die Flugzeugbesatzungen als auch die AMPCler. Die wechseln natürlich durch. Aber man hat sie im Laufe der Zeit kennengelernt. Und ich weiß, wie der andere tickt. Da, wo Sachen fließend übergehen, da haben wir keine Absprachebedarf mehr. Nichtsdestotrotz, um die Professionalität aufrechtzuerhalten und auch wirklich die Individualität zu berücksichtigen, werden vor dem Flug immer ein Briefing gemacht, sodass die einzelnen Sachen abgesprochen werden nochmal. Letzte Frage, ein bisschen persönlich. Müssen Sie auch nicht beantworten, aber mich interessiert es. Wie sind Sie denn eigentlich untergebracht? Also Sie sind jetzt in der zweiten Woche da, Sie und Ihre Kameradinnen und Kameraden. Wo können Sie schlafen, duschen, was essen? Wie funktioniert das für unsere deutschen Soldaten vor Ort? Ja, wir sind mit den Crews untergebracht nahe des Flughafens. Dort haben wir alles, was wir benötigen. Wir sind jetzt in den Kameraden, die leider in Kabul ihren Dienst leisten müssen. Nichtsdestotrotz haben wir die zeitliche Komponente, die bei uns einfach eine große Rolle spielt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch Ihnen, Herr Hauptfeldwebel, danke für Ihren Dienst. Wir finden das ganz, ganz großartig, was Sie und die Kameradinnen und Kameraden vor Ort leisten. Und vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und weiterhin toi, toi, toi. Vielen Dank, immer gerne. Wir alle wissen, wie gefährlich die Lage in Afghanistan ist. Und wir wünschen uns, dass so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht werden können. Und natürlich wünschen wir uns, dass unsere Soldatinnen und Soldaten gesund nach Hause kommen. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Machen Sie es gut. Tschüss. Vielen Dank.